Fidel Uriate Macho ist ein ehemaliger spanischer Fußballspieler. Karriere Uriate spielte bereits in seiner Jugend für Athletic Bilbao. Sein Profidebüt bei den Rui Plankus erfolgte am 23. September 1962. In den folgenden zwölf Jahren entwickelte sich der Spanier zu einem festen Bestandteil des Vereins. 1969 und 1973 gewann er mit Bilbao die Coupa del Rey. In der Saison 1967-68 sicherte er sich ferner mit 22 Treffern den Titel des Torschützenkönigs. Insgesamt bestritt Uriate für den Klub aus dem Baskenland 394 Pflichtspiele. Nachdem er noch drei Jahre für CD Malaga aktiv war, entschied Uriate 1977 seine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Uriate bestritt neun Länderspiele für die spanische Nationalmannschaft. Sein einziges Länderspiel-Tor schoss er gegen Italien. Erfolge Pichichi Trophäe 1968 Coupa del Rey 1969-1973 Aufstieg in die Primera Division 1976 año 2017 Ausstieg in die Primera Division Él 快 Kupac A